Einen schönen guten Tag liebe Xenemors, weiter geht's mit Alien Isolation. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Ach ja, ich bin mir nicht so ganz sicher ob das stimmt. Gehen Sie zur Maschinenraumtransitstation. Sind wir dort? Ich glaube ja. Wir müssen zur Krankenstation. Ähm, noch sind wir dort nicht. Ziel, gehen Sie zur San-Christobal-Krankenstation. Ich nehme mal stark an, hier müssen wir erstmal Petra Transit rufen und dann geht's weiter. Die Aliens sind ja leider entkommen aus der Explosion des Nestes, aber die Frage ist, kriegen wir es jetzt wieder mit mehreren zu tun oder nur mit einem? Weil mit einem lässt sich besser handeln, aber wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, so drei, vier sind, die da umschleichen, das wird schon... Ah! Es könnte dezent schwer werden. Problem halt an der Geschichte, es hat auch... Munition ist halt leider echt Mangelware. Ich warte nur den Moment ab, bis diese Tür hier aufgeht und dann hockt das Alien da drin. Schließen Sie die vierzehnte Mission ab? Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, weiß ich nicht, wir sind erst bei Mission zwölf oder so, aber vierzehn? Ja, was jetzt nur zwei mehr sind, aber... Das Spiel ist doch wesentlich länger als ich dachte. Leider ist es so, dass auch viele Passes aus Warten bestehen, bis man den Gegner endlich los ist oder hier die Fahrt mit den Transitstationen. Und alle weitere Sequenzen, also... Haltestelle für Sixen Communication Technologies, High Technischer Support Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Oh Gott. Da stehen direkt irgendwo was oben rumkriechen, das fängt ja super an. Okay, von einer Station zur nächsten geht's hier. Auf geht's. Hier rein. Das ist der Weg. Es gibt anscheinend keinen direkten Weg. Das heißt, wir müssen mehrere Transitstationen nehmen, um von einem Gebiet zum anderen zu kommen. Äh... Komm, speichern brauche ich nicht. Das ist jetzt... Es ist nicht viel passiert. Passt schon. Wunderbar, da kommt irgendwas... Wunderbar, da kommt irgendwas... Es ist ein Teil für Realität und zum ersten Mal verlassen, aber nicht. Ah... Ja. Gott, mach auf jetzt. Alter, das dauert immer so lang, bis diese scheiß Türen sich öffnen. Gott. Erzähl im Kopf nicht aus. Okay, hier wird noch nichts angezeigt. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktor-Solborg erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, RIP. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich nählendes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Asidora. Marlowe hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Doktor ist an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz. Ganz Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Bin Sie in einem Ambulanz-Shuttle? Am Ende des Ganges. Okay. Das ist hier hoch. Ne, quatsch. Falsche Richtung. Hier hoch. Okay. Ich laufe mal nochmal, bevor ich anfange zu rennen. Man weiß ja nie. Jetzt muss ich halt echt wirklich aufpassen. Hier kann überall was sein. Einfach geradeaus. Ja, es hat geklappt. Ich schalte jedes Mal die Luft an, wenn ich in so einen scheiß Aufzug steige und ich mir jedes Mal denke so, hoffentlich komme ich hier durch. Ah. Bauen voll. Haha. Oh. Was ist hier denn passiert? Boah, du Scheiße. Das ist ja voll der Weg. So, durch die Notaufnahme. Um Anlage. Alles klar. Ja, wahrscheinlich kann ich jetzt diese Tür mit diesem X öffnen oder so. Maybe. Ich weiß es nicht. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Ach, das war der Raum, wo das Alien abgehauen ist. Jetzt will ich komischerweise keine Lebensenergie. Was ist denn hier drin noch? Kann ich diese Tür vielleicht öffnen? Ich habe doch jetzt so ein super tolles Schneidgerät. Ja. Geil. Okay. Okay. Ist hier denn irgendwas Gutes drin, dass sich das lohnt, sich hier rein zu schweißen? Was ist denn? Was ist denn? Jus, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ah, toll. Hier ist uns nichts. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hört sich an, als ob der System-Check gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden. Okay. Darunter. Werden aber, wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Lastromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkern, aber Ripple hört nicht auf ihm einen von der Sekundärla... Okay, geradeaus einfach. Na, in dem Raum vorne kann ich sogar speichern bei Stromanlage. Der Einheit zu erzählen. Ich halte mich vor erst da raus. Die wissen schon, was sie tun. Dallas, Captain Danostromo, Ende. Eine Nachricht von Captain Dallas? Was? Von der fucking Nostromo. So, wir basteln noch mal ein bisschen was. Kann ich hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Ladungspack geht nicht. Ja, durch die Tür komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss komplett außen rum gehen. Das ist wundervoll. Ich liebe es jetzt schon. Hm? Ach, du bist das. Ja, đi. Ah. Ach, lente. Gerade in dem Moment kommt er weißt du. Das ist ja richtig super. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach komm schon, Alter. What? Ah, scheiße. What? Ich hab halt nicht mehr viel, ne, vom Blumwerfer. Natürlich muss der hier irgendwie rumstreifen. Okay, aber fast geschafft. Weit ist es nicht mehr. Okay, fast da. Ach, der Gang ist hier schon links. Äh, ich geh trotzdem in diesen Raum hier rein. Weil ich hier speichern kann. Wer es noch mal gespeichert hat, falls ich jetzt sterben sollte, dann... Es ist einfach direkt um die Ecke. Weil ansonsten muss ich sehr viel nachspielen. Darauf hab ich keine Lust. Leuchtfackel. Wer braucht den Schöner, den Leuchtfackel? Okay. Wir sind drin. Landgranate. V3. Oder was das war? Leuchtfackel. V3. Hm. Verdammt. Mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Mal ist er durchgekommen. Es muss einen Weg geben. Ja, aber wie? Wenden Sie eine Verbesserung der Stufe 3 für den Zugangsgenerator? Äh, das auch noch. Well? Ist es das? Ja, mega. Du musst da gar nicht lange suchen. Ja? Direkt in dem gleichen Raum. Ja, nice. So gefällt mir das doch. Gut. Wollen wir mal. Ne? Ah, direkt verkackt. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Ich will nicht sehen. Wer ist der Knopf? Ach so. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich muss sagen, es ging besser, als ich dachte. Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. War wohl nicht lang genug, bis ich da bin. Okay, sind wir in einem neuen Bereich? Oder? Also, da sieht man halt ein Stück von der Karte, aber wo bin ich? Ich bin mir in der Anisidora. Ich bin mir in der Anisidora. Jemand hat die Anisidora in den Sevastopol-Raum äh, in den Sevastopol-Raum gebracht. Finden Sie sie. Aber wir sind in der Anisidora. Oberes Deck. Äh, obere Decks. Bringen Sie die Systeme der Anisidora wieder online. Okay, alles klar. Äh, ich dachte, ich wäre hier auf dem anderen Teil, der Anisidora, aber... Äh, nicht der Anisidora, der Sevastopol, meine ich. Und dass wir erst durch irgendwie eine Schleuse da rein müssen oder so. Es ist fucking dunkel hier. Komm ich nicht rein. Ja, hier wieder Licht- und Schattenspiel. Das ist sehr gut. Optisch immer wieder so ein Highlight, wenn das Licht irgendwie da durchbricht. Also kleine Lens-Flares, ne? Hat irgendwie was. Ich weiß nicht, ich mag das. Hier sowas. Wenn das Licht gebrochen wird durch die Gitter. Was haben wir denn hier? LM-Link diesmal. Signal empfangen. Marlow. Haste sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Lewis arbeitet an der Entschlüsselung. Wente die Nostromo sein. Willst du dir das selber ansehen? Technikbericht. Technikbericht. 24 Jahrzehntel 2137. Marlow. Musste gerade einige dringende nötige Reparaturen an der Unterlichtgeschwindigkeitsantriebswerken durchführen. So laut, wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Das erste hält jetzt alles zusammen. Aber bald ist eine Generalüberholung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, gleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hat sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance sein für eine ordentliche Bezahlung. Jedenfalls musste ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der Code, äh, der neue Code lautet 4510. Du bist. Habe ich nochmal auf? 4510. Okay. Was haben wir denn noch? Privat. War das? Freigegeben. Fehler. Audio. Naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Chef. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlowe zahlt nicht mal an Erd genug für solch einen Ärger. Würde das nicht? Hm. Na, dann müsst ihr vielleicht nochmal ein bisschen über die Kohle verhandeln. Okay. Anse Generator neu. Smash E. Generator Nummer zwei. Den müssen wir noch hacken, oder was? Okay. Alles auf grün. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlowe. Wo ist der nur hin? Ah. Da ist er doch. Können Sie Marlowe? Könnte der nur sein. Er gehört zu einem Schiff, der Nostrumu. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Okay. Können wir jetzt durch. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft nehmen? Teil meiner Mannschaft? Äh. Lass mich überlegen. Nein. Weyland-Yutani-Eigentum. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich Sie der Bürger überrücken kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlowe, was machen Sie da? Ich mache Sie sonst keine Erfahrung. Kommen Sie zu mir, Willi. Ich habe etwas für Sie. Säure statt Blut. Hat das Auer? Nee. Okay. Rayshager gibt es auch hier. Na super. Selvastopol. Lok 543374. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihnen auf dem Bett, auf dem Boden. Neben ihrem Bett, auf dem Boden. Eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, es geht ihm gut, aber ich habe sie trotzdem in den Überschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Selvastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Fehler. Anisidora ruft. Anisidora, hier spricht Marshall Waits auf der Selvastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Selvastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess. und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstrecken-Shuttle. Oh, ist ja nett. Also haben die einen Deal ausgemacht. Wir haben den Flugschreiber, der ist natürlich wichtig, weil Weyland in der Tatjana hat ja wie gesagt die Sebastopol-Station gekauft und ah, der Flugschreiber, ah, das ist nicht gut, wenn er in die falschen Hände gerät. Wir lassen den mal lieber verschwinden und lassen die Daten löschen. Wir sind einfach in die Falle getappt, wenn man so möchte. Also eigentlich war es keine Falle, aber erzocken wir halt hier, ne? Ich habe sie auf Sebastopol gebracht und habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das wird sie nicht dumm von mir. Dumm? Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Ja, toll. Dann hat er schon seinen Standpunkt klar gemacht. Das heißt, kooperieren wird schwierig. Oh. Warum sagt er man, wir können es nicht besiegen? Klar kann man es besiegen. Ripley hat es schon ein paar Mal geschafft. Also, Alan Ripley. Bevor sie dann im besten Film aller Zeiten Alien 3 Hust, Hust drauf gingen. Über Alien 4 reden wir nicht. Dieser Film ist aber kompletter Moflitz. Das ist ein schlechter Scherz einfach nur. Ich meine, ich kann den Film so als Trash-Film was abgewinnen, weil ich so Gondi Weaver als Schauspielerin mag. Aber so an sich, wie er aussieht und die Story und das komplette Design des Films und dieses komische Mensch-Alien-Hybrid-Dingens, was geboren wird aus der Alien-Königin. Was zum Teufel, Alter. Der Film ist einfach nur grotesk, ekelhaft. Das ist alles. Er ist weder spannend noch sonst irgendwas. Ich habe ihn ja letztens erst nochmal gesehen, also wenn ihr diese Folge seht. Boah, ne, ey. Wie gar nicht. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Diese. Diese ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Ach. Mein Schiff. Es gab einen Unfall. Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Eine Nachricht, die es nicht gab, äh, im Alien-Film oder sonst wie. Man erfährt ja von der Tochter nur im zweiten Alien-Teil. Allt, dass sie tot ist. Also bei Manda Ripley weiß man durch die Filme halt gar nichts. Deswegen finde ich es interessant, dass sie hier ein bisschen mehr Backstory kriegt. Kann ich irgendwie rein? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. War ein richtiger Ehrenbrä, dass er das machen will, aber ich will nicht sterben. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicherlich die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Eben. Darum geht's ja. Aber nicht vor allem. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh! Oh! Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt! Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxville-Jahr-Generator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Okay, und jetzt? Warten Sie die... Äh, kann ich jetzt? Ja. Ich will nicht sterben. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Okay, haben wir. Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh Gott. Hat's geklappt? Ja, Ruhe. Oh Gott. Oh Gott. Uff. Sie haben's geschafft. Halt. Irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystem Einsturms. Systemweite Störkaskade. Oh, scheiße. Marlow hat eine Überlastung erzogen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Äh. Komt da raus. Hey. Oh Gott. Okay, die ist tot. Scheiße. Oh, scheiße. Macht das noch? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay, da kann ich nicht lang. Was ist das für'n Geräusch? Scheiße! Oh nöööööö! Oh fuck! Hm. Das komplette Schiff schwankt. Das komplette Schiff schwankt. Okay, wir haben's geschafft. Die Nachricht schließen sie die 15. Mission ab. Okay, 15. Mission, das war relativ kurz. Weil niemand mehr am Leben. Auch das noch. Torrens ist wirklich der einzige Ausweg, weil es existiert nichts mehr. Der Umspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, sie warst du wohl? Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatorin... Was ist da lang? Ich würd sagen ja. Okay, dann hoffentlich bewegt Verlaine ihren Arsch hierher und holt uns. Was irgendwie möglich ist. Was irgendwie möglich ist. Okay, geschafft. Willkommen bei Seeks & Communications. Bitte. Was bin ich denn jetzt? Rezeption. Bitten Sie Riccardo. Umzugang. Okay. Da liegen noch irgendwelche Sachen rum. Melden Sie sich an der Rezeption an. Ja, mach ich das. Mach ich beim nächsten Mal. Ich melde mich das nächste Mal an der Rezeption. Alles klar, ihr Freunde. Das war's erstmal von dieser Episode von Alien Isolation. Ich hab so langsam das Gefühl, ähm... Aber das hab ich schon vor ein paar Folgen gesagt. Deswegen sag ich das nicht mehr. Lass sie uns langsam dem Ende nähern. Aber es könnte gut möglich sein. Vielleicht. Wir werden mal abwarten. Aber... Unsere Chancen nähern sich langsam so ein bisschen ihrer Auslöschung, weil viel ist nicht mehr übrig. Die Anisidora ist ein Schiff, was ja hier angedockt ist. Das ist zerstört worden. Und jetzt hoffen wir, dass wir irgendwie es schaffen haben, auf die Torrents zu entkommen. Und dass wir dieses Ding hier hoffentlich irgendwie sprengen können. Oder dass es vom Himmel fällt. Who knows. Auf jeden Fall müssen die Aliens zerstört werden. Das ist das. Auf jeden Fall sag ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode von Alien Isolation. Macht's gut, bis dann. Tschüss. 1 1 1 2 3 1 1 2